kapitel 4 flucht und herzlich willkommen zurück zu wie hieß das nochmal wolfenstein der altblatt und wir gehen den schacht rauf und zwar mit der hilfe unserer eisenstange stein um stein schlag um schlag kämpfen wir uns nach oben haben wir gegner ja natürlich haben wir gegner wie war das nochmal so war das naja leider ist er weg wir werden nie wieder sehen werden nie wieder sehen schön hier hat was da ja ich habe mir vor das hier zu kaufen steht ja auch zum verkauf frei ich frage mich wie geduldig ich sein werde aber wieder zurückkommt also mal die andere richtung gehen er ist dort lang wir gehen da lang haben wir ein messer dabei zu schmeißen ja wie damit konnte es nicht rechnen das war spannend so langsam gehalten hat so wo ist mein messer der block da ist der messe schon wieder weg das ist immer das schlimmste so grausam kann die welt sein weiß das laut geraden müssen leise machen hier was großes und böse ist laufen bei mir ist der lachs nein das hätte ich doch lieber gern könnte aber auch nur die maschinen sein ich finde die seilbahn nicht fliegt mit der seilbahn naja heute ist ok wir tun wir glaube ich endgültig erwischt mein gefühl sagt mir dass ich jetzt nicht mehr so einfach wegkomme endgültig gesehen wurde mein unglaubliches fungiertes wissen eigentlich sagt mir das da ist weg ja alles unglaublich nur weil ich zu büten mit messer wenn man muss auch mit ehre kämpfen wenn ich nageleiter von mir schießen ich suche den kommentanten übrigens bevor ich wundert warum ich jetzt hier so punch umlaufen wir werden ihn umbringen müssen oh eine leiter wir haben zeit hat das moment das ist ja gar nicht die sniper da ist die sniper das ist kein gegner ich habe eigentlich den kommentanten gesucht jetzt ist auch die schritte hä wo ist der typ ja 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 nein du kommst mir nicht und nachladen hallo ja die waffe ist immer sehr effektiv hier das haben wir ganz übergängig meistert so soweit nichts mehr alles ruhig zeitung britische streitkräfte auf dem rückzug steht der sieg bevor fragezeichen die neue wahrheit mut zu wahrheit es ist immer sehr schön wenn man so auf einmal alles ruhig hat was karte der festung erst einmal aufstocken alles in ruhe das sieht irgendwie gut aus verpflichten sie sich jetzt treten sie bei infanterie sicherlich ein erstrebenswerter wunsch seilbahn am sichersten sei stimmt wir müssen seilbahn konzentriere dich wieder also nochmal zurück wir sind nicht sehr schnell mit der waffe ja seilbahn ich bin auch so ein held gut wir haben ja ist voll brauchen wir gar nicht nachschauen wenn wir was brauchen tut uns trotzdem weil wir dumm sind aber also voll oh lieben wahrscheinlich jetzt wieder nicht die richtige wir müssen eine andere nehmen oder wir müssen noch irgendwas aktivieren die einzige ne ok mich nervt jetzt dass ich mir da war für so langsam bin bringt es voll ähm aber das wollte ich jetzt gar nicht ich wollte uns schauen also jeder normale würde da jetzt durchkommen wir natürlich nicht wir müssen von oben rein das klingt nicht gut aber schnell dass sie ihn holten eben fuck hier gehen wir doch lieber raus oh das tat sehr weh ähm wie wärs mit der seilbahn seilbahn klingt gut ey da schau ihr idioten hier wirds das schön einfach schön es sieht auch wirklich gut aus wo geholfen standen sehr schön gemacht so wir hören schon unten ist der alarm die werden uns sehr freudig uns den strom abgeschaltet raffiniert diese nazis das verschieben sind natürlich keine nazis und wir sind tot und wir sind tot in kisten finden sie oft nutzige gegensteine bla 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 alles uninteressant weiter wobei wir hätten uns noch mal aufrüsten können wobei wir hätten uns noch mal aufrüsten können vielleicht hätten wir noch mal ein bisschen Rüstung gefunden egal wie viel munition haben wir denn was die hier 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 Schöne Aussicht. Ich muss auch sagen, das Dorf ist sehr schön gemacht. Das Snipern habe ich nicht voll oft gelernt. Oh. Der soll ja auch gleich gegen die Kämpfe oder wir es anders überlegen. Aber was? Alter. Ah, wie wäre es damit rausgehen? Hallo, geh raus. Nein. Okay. Wir müssen offensichtlich aus der Seilbahn raus. Wenn wir uns nicht gegen die Horten kämpfen. So, bevor wir jetzt aber hier rausgehen. Spannende Musik. Hallo. Okay. Rüstung. Ich bräuchte Rüstung. Immer noch wäre ich begeistert über Rüstung. Ganz viel Munition. Eine Granate kann man mitnehmen. Oder zwei Granaten. Aber Munition wäre eigentlich das, was ich suche. Äh, Munition. Rüstung. Rüstung. Jemand Rüstung. Ein bisschen Rüstung. Kleingeld. Aber egal. Das ist ein anderes Thema. Wir laufen einmal durch das Komplex, weil wir sonst nichts zu tun haben. Aber auf der Suche nach Rüstung, die wir... Stirb! 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 Naja, so nützlich war mir die Kisten jetzt auch nicht. Aber okay. Ich glaube, wir haben jetzt dann gleich wirklich alles abgesucht und nichts sinnvolles gefunden. Und jetzt wesentlich hilft. Wir haben ganze 5 Rüstung zusätzlich. Wow. Ich bin begeistert. Ich bin absolut begeistert. Leute. Sieht ihr die Begeisterung bei mir? Wie ihr seht ihr nicht? Ja, dann kann ich euch auch nicht helfen. Okay. Aber jetzt ist mir ja auch... Hey, bist du das Gute behalte ich. Habe ich mir gerade selbst 40 weggeschossen plus 5 Rüstung. Ich bin so ein Held.